Eine Tabelle fügt man wie folgt ein. Man klickt hier auf Einfügen, dann auf Tabelle. Man wählt aus, wie viele Spalten und wie viele Zeilen man braucht. Man kann dann hier nach rechts ziehen. Ich habe jetzt hier genau fünf Spalten, vier Zeilen. Und wenn ich jetzt hier einmal klicke, dann habe ich genau die Spalten und Zeilenanzahl einer Tabelle, die ich brauche. Von der Beschreibung her, das Senkrechte sind die Spalten, das Waagrechte die Zeilen, das obere hier, die erste Zeile, ist die Kopfzeile und die Tabelle besteht hier aus einzelnen Zellen. Vielen Dank.